Herzlich Willkommen zu Let's Play! Na, wisst ihr schon? Portal! Ja, genau! Oh... ähm... ja... Erstmal lernen wir hier anscheinend ein bisschen zu gehen... Oh, ich hab's altersten bedeutet... Ui... Was ist das? Der Bez 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 Wir sind bereit, zu beginnen den Testen. Vorher zu beginnen, aber... ... dass wir alle Zeit und die Prämierungen der Einrichtungskraften haben, ... können Sie sehr schmerzen werden. Für Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit von anderen. Bitte, von Ihnen zu Hause. Ihr Geht, bitte! Ich bin zurück! Der Portal wird in 3. Wer gewonnen hat? Walaub, wasser die angenieuze die in der Aus gestures der Karte. Ja, 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 ja. Bitte legen Sie das Karte auf den 1500 Mb. Aperture Science Heavy Duty Super Colliding Super Button Achso, die wechseln von allein anscheinend Okay, ich verstehe, ich verstehe Mein Cube Please move quickly to the chamber lock As the effects of prolonged exposure to the buttons are not part of this test Ah, ja Hier frage ich bestimmt, ja, wieso Portal ausgerechnet? Äh, keine Ahnung, ich hatte irgendwie Bock drauf Eigentlich wollte ich den Let's Race machen, aber, ähm Raupfer hat ja aufgehört Fred zu Scheintod Ja, und Keine Ahnung Ähm Was? Ja, 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 mach mal hier Junge Aha, jetzt habe ich die Portal ganz selber You are now in possession of the Aperture Science handheld Portal device With it, you can create your own portals These intradimensional gates have proven to be completely safe The device, however, has not Do not touch the operational end of the device Do not look directly at the operational end of the device Do not submerge the device in liquid, even partially Most importantly, under no circumstances should woof Aha Ja Äh, wo war ich jetzt, bevor ich unterbrochen wurde von dieser Wo war ich jetzt Äh, ah genau, Fred zu ist anscheinend Scheintod Ähm Wie gesagt, der Fred zu, der ist irgendwie Scheintod Ich weiß nicht, was mit dem los ist Ähm, der Raupfer hat ja aufgehört Ähm Der Fussel, der Keine Ahnung, der ist irgendwie verschwunden Und Ja, wollte ich auch mit LTF machen, aber Keine Ahnung LTF ist einfach nur cool Okay, LTF ist ein bisschen voll mit seinen Projekten Deswegen habe ich von dem mit nur Verständnis Und die anderen nicht Verdammte Scheiße Ähm Ähm Ja, egal, auf jeden Fall Ich mache es jetzt mal allein Ich merke, so was ist nicht für Lesbe gedacht, weil die die ganze Zeit labert Okay Die Tür geht auf Das Ding und die Tür geht auf Wahrscheinlich wird da irgendwas verbrannt Nö Willst du mich verarschen? Ui Once again Excellent work As part of a required test protocol We will not monitor the next test chamber You will be entirely on your own Yay Endlich Ah So Also das Spiel an sich ist Einfach, sag ich mal Aber es wird natürlich immer schwerer mit der Zeit Es ist aber jetzt nicht gerade so Unmöglich schwer Sondern einfach nur schwerer Seht ihr, war ich meine Na lol, direkt drauf gefallen Komm, Junge Junge Yay As part of a required test protocol Our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication Good job As part of a required test protocol We will start enhancing the truth in 3...2... Was? Egal Und das Spiel geht natürlich weiter und weiter Ich will jetzt nicht spoilern, wir gucken uns das einfach mal an Und für die, die jetzt vielleicht... Ah Ja Auf jeden Fall, ähm, das Spiel ist eigentlich relativ gut, ich fand's, oder auch viele fanden das ein bisschen zu kurz Aber das ist jetzt nicht schlimm, weil es gibt ja Portal 2 und das ist ja endlos lang schon fast, sozusagen Aber das ist auch lustig, ich finde den Humor geil und das Gameplay ist einfach nicht wie dieses Bala Bala, Bala, Laserfaserkanone, Bala, muss man mal sein Kriptchen einsetzen, ne An , genau Also jetzt warten wir mal��� mg Also jetzt fallen wir noch nicht in Lava oder sowas rein Also es gibt später sowas wie Lava Eigentlich ist es nur Wasser Und anscheinend explodiert das Ding in Wasser Hat sie ja gesagt Deswegen ist es noch Einfach Noch Es kann sich schnell ändern Jungsche Aufzug fahren Ich finde das Spiel ist echt gut gelungen Fand ich 8 von 19 Okay 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 das war jetzt ein bisschen tricky meine ich Aber nicht so tricky Da oder Ach fuck Das falsche Nein Präzision und sowas Egal Warten So ich meine das wäre es gewesen oder Nein das war Da fuck Das war knapp daneben Egal Ich sehe es jetzt hier da Diesen roten Fleck Sag ich mal So jetzt aber Und Bam Junge In die Fräse Junge Guck mal Ich sehe mich endlos Nicht cool Junge Ich würde jetzt Wasser springen Und euch zeigen dass man da stirbt Aber Das wäre es mir nicht wert Das Spiel kann jetzt am Anfang noch ein bisschen vielleicht langweilig für euch wirken Aber Hört mal zwischendurch mal den Computer zu Die ist Einfach nur krass Jung Ja ja natürlich Natürlich Was denn sonst So Neun schon Wir haben die Hälfte Ne fast Das ist geil natürlich Oh ja das ist Oh Das ist richtig unmöglich hier Jungs Das gibt es nett Irgendwas schief gelaufen Anscheinend Okay wie war das nochmal hier Ist klar Ist klar Jung So viel dazu Nein ich bin einfach nur ein Genie Also ihr müsst schon jetzt Jetzt noch nicht Wie gesagt jetzt noch nicht Aber Wartet nur ab ja Irgendwann werde ich meinen Grips einsetzen müssen Bis jetzt ist es nur noch so ein bisschen Kombinationsfähigkeit Und weiter geht's Immer weiter Ah ja Ich habe kein Wort verstanden Muss man anscheinend nicht So was haben wir hier Ah ja Das ist jetzt lustig Danke Danke Ah ja 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 Auf auf und nach vorne Ui Sehr schön erklärt fand ich das Speedy thing Speedy thing comes out Oh man ey Also dieses rumgefliege ist richtig geil The Enrichment Center promises To always provide a safe testing environment In dangerous testing environments The Enrichment Center promises to always provide useful advice For instance the floor here will kill you Try to avoid it Those rumgefliege ist richtig geil Und das rumgefliege ist richtig geil Wow, das war knapp. Okay, wenn das Ding gleich da wieder da ist. Wenn das Ding wieder da ist, dann können wir hier so ein Ding schießen. So. Und? Halleluja. Okay. 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 Das bringt mir auch nicht viel. Okay. Und auch anscheinend. Okay. 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 Junge. So. Was mir das jetzt bringt, verstehe ich gar nicht. Ach so. Ja. Ah ja, ich merke, ich merke es mal. Bitch! Ja, wegen ist da keine Säure, ne? Komm schon. Und? Bäm, Junge! Okay, wie zur Hölle komm ich jetzt da hin? Ach so. Ah ja, ja. Hust, hust, ne? You will be missed. Was das wohl heißt, ne? 19. Äh, 14 von 19 meine ich. All subjects intending to handle high energy gamma leaking portal technology must be informed that they may be informed of applicable regulatory compliance issues. No further compliance information is required or will be provided and you are an excellent test subject. Okay, let's go. Okay, let's go. So. Ich nehme mal an, dass es, ja, gewollt worden. Yay! Ja, ja... Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Und wie geht's zu den Kindern? Nein, Spaß. Also, das Spiel ist schon krass. Müsst ihr zugeben. Ahhhhhhh Also da brauche ich den Scheiß nicht Okay, das hier brauche ich, ne? Ja, das Orange kann ich mir jetzt versprühen Bäm, Jungen So und jetzt warten wir nur noch Go Dankeschön Ich weiß, ich bin awesome Awesome Also Ranger Ja 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 Ja